So, heute kommt mal wieder ein Video von mir, in dem ich euch zeige, wie man etwas aussieht. Und zwar ist das diesmal nicht wie das Fliegenfalle, sondern der Kapsonntau. Ich habe hier, in der Schachtel, man kann es jetzt schlecht sehen, ganz kleiner da, diese Punkte, das sind die Samen, Staubfein. Das sind nur die Blütenreste, die ich sicher jetzt auch mal mitgemacht, einfach reingemacht habe. Und hier, da kann man es auch deutlicher sehen. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr die einsetzt. Mache ich mal wieder zu. So, also ihr braucht einen Torf, Torf, Weißtorf und Wasser. Und natürlich die Samen. Man füllt den Torf mit Torf. Man sollte sich schon einen etwas größeren Topf nehmen, da man wird die alle in einen Topf pflanzen und hinten dran erst umtopfen. Und deshalb sollte man einen größeren nehmen. Das ist gleich voll. Die großen Stücke, die wir mal verkleinern. So, Stroh. Ich will, ob man das da reinkommt. So, ein bisschen mehr, denke ich, kann noch rein. Weil das gleich auch zusammendickt. Oder satt. So. Dann gießen. Mit Regenwasser oder destilliertem Wasser. Das gießen ich nur, damit es hinten dran nicht so lange braucht, bis das Wasser angesaugt worden ist. Und dann ist es noch ein bisschen mehr. Und dann ist es noch ein bisschen mehr. So, etwa. Na, das ist jetzt immer noch wenig, aber. So. Und jetzt brauchen wir die Samen, die fast wegfliegen. Und ich kippe die einfach mal mit den ganzen Blüten drauf. Sollte sie schon verteilen. Ach. Jetzt. Schade. Sie kleben etwas, aber. So kurz. Ich hoffe, dass gerade eben nicht zu sehr verwackelt ist. Aber. Ich denke, dass das eigentlich gerade gut so ist. So. Sieht das halt hinten dran aus. Das war's dann. Tschüss dann.